Jingle was, Jingle was, Jingle was Rack Jingle was Single, Jingle was Rack Then sing and breath, sing and push us off on Then the jingle has to sing Darling, hallo? Geht's dir nicht gut? Oh, was ist denn passiert? Du fühlst dich unwohl Du siehst auch gar nicht gut aus Was fehlt dir denn? Das Kopfschmerzen, okay Kopfschmerzen Du kannst nichts riechen Schmecken ist auch schlecht Und dein Hals schmerzt Darling, okay Gott sei Dank bist du jetzt hier bei mir bei Mrs. Santa Und ich werde mich um dich kümmern, okay? Ich werde dich mal kurz ein bisschen massieren, um zu sehen, ob das ein bisschen hilft, okay? Gut 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 Freust du dich denn schon auf Weihnachten? Ja Das freut mich Gut 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 Fühlt sich das dann wenigstens ein bisschen angenehm für dich an? Ja Okay Gut Gut Ich werde mir jetzt mal alles anziehen Ich werde mir jetzt mal alles anziehen Mach mal Mach mal bitte kurz den Mund auf Okay 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 Gut Gut Deine Augen Gut 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 So, Jesus, 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 Jesus. Okay. Wie sieht es da mit deiner Nase aus? Okay. Ja, okay. Ist alles leicht gerütet? Die Ohren, dieses Ohren, dieses Ohren. Okay, ist auch etwas gerütet. Und dann schauen wir mal auf diese Seite. Ach, ist auch etwas gerütet. Okay, weißt du was? Ich werde dir gleich was Gutes zusammenbräuen, damit einfach dein ganzes weihnachtliches Immunsystem wieder gepusht wird. Aber zuerst starten wir mal mit deiner Nase, damit dein Riechsystem wieder zurückkommt, damit alle deine Sinne stimuliert werden. auch hier für dich dieses Lavendelsäckchen. Und ich werde jetzt das Ganze erstmal ein bisschen zerdrücken, damit auch alle Knospen und Kletter aktiviert werden. Riecht das schon intensiv? Ja. Magst du Lavendel? Okay. Gut, dann halte ich dir das jetzt einfach mal unter die Nase. Genau. Ja. Soll ich noch ein bisschen mehr drücken? Okay, gut. Ich muss aufpassen, ob jetzt schon was raus ist. Ich muss das fester ziehen. Fester zusammenziehen. Ein bisschen aufmachen und wieder alles reingeben. Und Fester zusammenziehen. Gut. Merkst du dann schon etwas? Wird schon etwas leichter? Ja. Jetzt öffnet sich alles. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Sieht auch schon gut aus. Sieht auch schon gut, schon gut aus. Sieht auch schon gut, schon gut. Sehr gut. Dann können wir das jetzt mal zur Seite geben. Dann starten wir mit deinem weihnachtlichen Spezialtrunk. Ich habe hier schon ganz tolle Schneeflocken für dich bereitgestellt. Die hat das Santa Claus extra für dich gesammelt. Und die werde ich jetzt ein bisschen bearbeiten, damit wir dann deinen Spezialtrunk herstellen können. Lässt dir an. Sehr schön, oder? Klar. Du musst auch keine Angst haben. Das ist absolut aber gesichtert von Santa Claus. Das ist immer dein geheimes Getränk für die kleine Else. Wenn sie krank ist, würde ich ihr nehmen es auch gerne. Und hier kommt die spezielle Mischung ein. Das sind ganz, ganz viele tolle Extrakte enthalten, die dich wieder ganz schön gesund machen werden. Und das tropft schon ein bisschen sich. Ich darf das, glaube ich, nicht so fest schütteln. Aber wir müssen es aktivieren. Ganz gerne mal daran riechen. Ja, das wird deinen ganzen Körper mal in Schwung bringen. Bist du bereit? Sehr gut. Das können wir jetzt zwei hinschütteln. Hast du dieses neueste Tesla? Es sind wirklich gut. Das wird schon langsam. Aber ich glaube, wir benötigen noch ein bisschen mehr. Kannst du dieses leise Prickeln wahrnehmen? Gut. Sehr, sehr gut. Und wenn ich das fertig verarbeitet habe, werde ich dir das jetzt geben. Und du musst essen, damit du wieder zu Kräften kommst. Sehr gut. Das freut mich, wenn es dir gut schaut. Dir wird es auch ganz, ganz schnell besser gehen. Das freut mich richtig gut. Okay. 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 Gut. Geben wir mal das zur Seite. Okay. Ich habe auch gesehen, du hast da irgendwas im Auge. Kann das sein? Gut. Okay. Ich werde mir das, glaube ich, rausholen. Du musst keine Angst haben, das ist nicht spitz. Aber damit bekommt man alles Mögliche aus deinem Auge. Ich werde mir das einfach mal. Ich werde mir das aufhören, wenn du die Seite kurz zuhalten. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe auch was im Auge. Sehr, sehr gut. Gut. Merkst du schon was? Okay, hier ist noch ein bisschen. Okay. Gut. Ich streie es mit ganz, ganz einfachen und leichten Bewegungen raus. Ja. Gut. Was habe ich denn noch für dich? Vielleicht werde ich dir dann noch eine kleine, 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 kleine Injektion verpassen. Aber zuerst werde ich dir noch ein paar Fragen stellen. Okay. Wie geht es dir denn jetzt auf einer Scala von 1 bis 10? Eins ist natürlich nicht gut und 10 wäre weihnachtlich fantastisch. Okay. 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 Und wie war es zu Beginn, als du zu mir gekommen bist? Oh, dann hat sich das ja schon wirklich sehr, sehr gut verbessert, oder? Ja. Ja. Das freut mich. Okay. Gut, 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 gut. Wie sieht es denn mit deiner Nase aus? Schon ein bisschen besser? Viel besser. Ja. Okay. Also kannst du diesen Duft schon vollkommen wahrnehmen? Ja? Ja, 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 das ist schön. Gut. Gut. Bei den Augen juckt jetzt auch nichts mehr, oder? Ja. Okay. Gut. Wie sieht es denn mit dem Hals aus? Hat dir das Wundermittel geholfen? Ja. Ja, wunderbar. Das freut mich. Sehr gut. Okay. Perfekt. Gut, dann kann ich das eigentlich alles jetzt mal so lassen. Wo ich das drauf geschrieben habe, aber das ist mein Geheimatzettel. Natürlich auch weinheitlich angehaucht. Merry Merry Christmas. Steht da drauf. Kannst es dir gerne genauer ansehen. Genauer ansehen. Sehr schön, oder? Wir haben hier dieses goldene Ornament. Dann haben wir eine pinkes mit einer pinken Schneeflacke. Und eine blaue Schneeflacke. Und ich kann da all diese Knöpfe drücken. Und dann passieren gewisse verschiedene tolle Dinge. Aber was dann passiert ist natürlich ein Weihnachtsgeheimnis. Die sind ja alle verbunden. Und, ja, dieses einfach schön und mein kleines Mitbringsel für dich. Das kannst du auch mit nach Hause nehmen. Ich erleg's dir dabei hier hin. Was wir jetzt noch machen ist... Warte, 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 warte. Ich hab hier diese Bürste. Da werde ich die einfach noch ein bisschen über das Gesicht streichen. Damit all deine quasi Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Okay. Jo. Bist du bereit? Okay. Soll ich noch was singen für dich? Okay. Aber ich bin noch nicht so gut im Singen. Ich könnte dir ein bisschen was vorsummen, wenn du das möchtest. Okay. 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 mmmh 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 mett doch num 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 The desired wrinkles in the consciousness of Han That's the Jingle Bells, that's the Jingle Bells, that's the Jingle Bells Rock. Gut. Also, von meinem Gefühl her glaube ich, dass du jetzt bereit bist, einfach eine Runde schlafen zu gehen. Und wenn du dann morgen erwachst, bin ich mir zu 100% sicher, dass es dir besser gehen wird. Hast du da noch irgendwelche Fragen an mich? Okay. Gut. Wie gesagt, ich bin immer für dich da. Du kannst dich zu jeder Tages- und Nachtzeit an mich wenden. Wenn du irgendetwas von einem Mr. Santa Claus benötigst, kannst du dich natürlich auch an mich wenden. Ich werde alles weiterleiten für dich. Okay, also dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf sehr schön und wir sehen uns dann wieder bald. Bis dann.